So, ein Stück habe ich ja leider noch. Felix wird trotzdem... Ich glaube, ich mache doch erstmal die Insel. In der Hoffnung, da noch eine Stadt zu finden, die mir helfen kann. Wie sieht es denn da oben aus? Ja, da... Ist das eine Stadt? Eine Hütte. Ich kann trotzdem mal vorbeischauen. Mache ich einmal direkt. Na, Felix, hältst du noch ein bisschen durch? Scheiße, jetzt habe ich nicht mal geheilt. Jetzt fahren wir nach Norden und werden von Seevögeln überrascht. Weg mit euch. Ihr seid mir gerade voll im Weg. Jetzt geht's... zur nächsten Insel. Und was finde ich hier? Eiland im Meer der Zeit. Ja, klingt auch einladend, ne? Früher konnte man im Ozean tauchen und alle möglichen Schätze in den Riffen finden. Ich habe mir gerne vorgestellt, dass diese Schätze ein Geschenk der Tiefe seien. Ein Geschenk für mich! Ah. Ist doch auch schön. Aber ich will erst mal gucken, ob ich hier eine Möglichkeit habe, zu übernachten. Bitte! Die Temperatur des Ozeans hat sich erhöht. Am wärmsten ist das Wasser im Meer der Zeit. Ich hoffe, dass Poseidon nicht wieder aufgetaucht ist. Einst war er ein König, aber heute ist er nur noch ein schreckliches Monster. Kann ich hier schlafen? Scheinbar nicht. Ach man. Gut, ihr seid leider nicht die Rettung. Aber da drüben ist noch eine Schildkröte. Hallo, Schildi! Na, was ist... Ich fühle mich so einsam. Ich hätte so gerne einen Freund. Ich habe leider keine Schildkröte bisher gesehen, die ich vorbeibringen könnte. Es tut mir leid. Als ich dir da keine große Hilfe gerade bin. Naja. Dann gehen wir zurück. War diese Insel mir gerade keine große Hilfe? Felix betrachtet das Wasser. Der Kahn schaukelt. Das Ding ist gefährlich. Ich bin fast über Bord gegangen. Okay. Oh Mensch. So viele Gefahren hier im Meer. Ich würde fast sagen, wir klappern wirklich erstmal so die Inseln ab. Also da unten die Insel. Dann da oben. Ja. Machen wir es so rum. Ich versuche mal zu fliehen. So, tschüss. Ich muss weiter segeln. Ich muss da unten. Mal schauen. Oh, hier wird es neblig. Wir sehen nichts mehr. Wobei, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin... Können wir einmal hier reinfahren? Ach, hallo Killer-Kampfbiene. Gut, die ist weg. So, hier ist das Meer der Zeit. Die Besonderheit an diesem Meer ist... Wir können ja durchgeschleudert werden, wie ihr seht. Aber hier kommen wir noch nicht wirklich allzu weit. Halte das Ruder. Willst du, dass uns die Welt verschlingen? Ich weiß, du bist besorgt, Cosma. Aber er gibt wirklich sein Bestes. Das war wirklich ein sehr, sehr starker Strudel. Aber ich bezweifle, dass er das Schiff hätte versenken oder zerstören können. Siehst du, Cosma? Es gibt nichts zu befürchten. Selbst wenn wir von einem Strudel erfasst werden, wird uns nicht zustoßen. Aber dennoch, Aaron, kannst du Felix zeigen, wie man an den Strudeln vorbei und nach Lemuria gelangt? Äh, ja, nun. Was ist los, Aaron? Lemuria befindet sich doch jenseits dieser Strudel, oder? Ja, ich glaube schon. Du glaubst schon? Bist du nicht aus Lemuria? Solltest du nicht genau wissen, wo es liegt? Ja, ich komme aus Lemuria. Aber ich musste noch niemals dorthin zurück. Außerdem hat mich die Flutwelle von Lemuria fortgetragen. Ich bin hier noch nie durchgefahren. Oh, ich verstehe. Dann weißt du also nichts, in welcher Richtung sich Lemuria befindet, oder? Dummes Gewäsch. Ich muss mich nur kurz orientieren. Hm, das klingt nicht gut. Wenn Lemuria wirklich jenseits dieser Strömung liegt, müssen wir einen Weg hindurch finden. Und bis wir das geschafft haben, bleibt uns Lemuria verschlossen. Ja. Das heißt, das können wir uns erstmal sparen. Gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Ah. Okay, Felix. Ich kümmere mich bald um dich. Keine Sorge. Vielleicht habe ich hier ja ein bisschen mehr Glück. Hier ist nämlich auch eine Hütte. Nord- Oder, ja. Nord-Orsenia-Eiland. Hier hat sich auch jemand niedergelassen. Hallöchen. Das Meer der Zeit. Eine massive Nebelbank liegt über ihm. Es wird zu Recht von allen Seeleuten gefürchtet. Ich weiß nicht, ob ich dieses Geheimnis jemals ergründen werde. Aber ich bin mir sicher, dass es meinem Sohn eines Tages gelingen wird. Ja. Dann hoffen wir es mal, ne? Ich würde zu gerne wissen, was sich auf der anderen Seite des Meeres der Nebel befindet. Bis heute hat es noch niemand durchquert. Aber eines Tages werde ich es schaffen. Jetzt seid ihr alle sehr zuversichtlich, ne? So, du hast jetzt bestimmt ein nettes, bequemes Bett, oder? Wenn ihr das Meer der Nebel erreicht, folgt der Strömung von den roten Felsen aus. Auf diese Weise bleibt euer Schiff heil. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Und vielleicht ist diese Information auch gar nicht richtig. Ach, toll. Danke für nichts. Viel Koma und Trauer zieht sich durch unseren Stammbaum. Drei Generationen von Söhnen haben es sich geschworen, das Meer des Lebens zu durchqueren. Mal mutig, ne? Die Seeleute berichten von starken Strömungen und strudeln im Meer der Zeit, die an Schiffe Stücke reißen können. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Auch wenn unser Schiff robust ist. Komme ich irgendwie darüber? Also von hier sieht's gerade nicht so aus. Okay, wie sieht's hier aus? Ja, komm ich nur aus dem Dorf raus. Ja, super. Ich kann mal versuchen, genau, von der Seite aus reinzugehen. Ne, dann komm ich trotzdem hier durch diesen Eingang. Schade. Spiel aus Tricksen funktioniert also nicht. Also in diesem Fall zumindest. Versuchen wir mal den Zyklon. Ne, ein versteckter Weg ist hier auch nicht. Hätte ja möglich sein können. Ich kann sogar diese Kräuter hier einfach mal wegpusten. Das tut mir ja schon fast irgendwie leid. Naja, gut. Dann kann ich dieses Dörflein auch erstmal hier in Ruhe lassen. Und weiter segeln. So, nämlich haben wir noch eine Insel hier im Norden. Und, ja. Da drüben. Gut, dann machen wir erstmal da oben diese eine Insel noch unsicher. Und dann geht's nach Japan. Zumindest, wenn man sich die Karte anguckt, das hier sieht sehr stark nach Japan aus. Ich meine auch nicht, dass es so ist. Na scheiße, ich lasse mich nicht gehen. Bitte. Ich gehe sonst tot. Ich habe nämlich nicht mehr viele PP. Okay. So. Jetzt geht es erstmal wieder. Hier ist auch noch meine Hütte. Südostangare Island. Ich würde mal sagen, kann ich jetzt mehr machen? Ich probiere einfach mal mein Glück. Vielleicht gibt es hier ja einen neuen Gin. Ja, cool. Ich muss aber noch eine Kiste da drauf stapeln. Scheiße. Na, das war blöd. Okay, ich muss nochmal den Raum resetten. Ach, Rabe, das geht auch ohne den Max zu machen. Das geht auch ohne. Gut, dann schieben wir erstmal diese Kiste hier runter. Oh. Da fliegt ein Papagei. Käää! Der umkreist wohl irgendwas. Vielleicht ein Goldschatz? Wäre nett. Nehme ich. Wenn es einer wäre. Nachdem ich hier diese Schiebetour absolviert habe. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Gleich hast du es geschafft, Felix. Und dann kann ich die andere Kiste jetzt da drauf. Tada. Passt. Oh, hier ist ein Nest. Hey. Cheap, Cheap. Oh, der Stein, den ihr da habt. Oh, der Stein, den ihr da habt. Er ist göttlich. Einfach göttlich. Ich muss ihn haben. Ich muss. Ich gebe euch mein ausgefallenes Heiztuch. Wenn ich euch euren Stein haben darf. Okay. Felix tauschte den Stein gegen ein sehr ausgefallenes Heiztuch. Okay. Die Tauschquests haben begonnen. Felix gab rotes Turanaron. Ja, gut. Ob es jetzt der beste Tausch war, ist halt die Frage, ne? Weil jetzt habe ich diesen entsprechenden Stein halt nicht mehr, ne? Ne. Der ist jetzt wirklich zu diesem Heiztuch geworden. Na gut. Wir mögen diese Insel wirklich sehr gerne. Deshalb sind wir ja auch hier. Auf keinen Fall sind wir hier auf Schatzsuche. Niemals. Was sagst du denn da? Idiot. Hört nicht auf den Kerl. Er hat kein Wort über die Insel Pretiosa verloren. Ganz und gar nicht. Seht doch. Wir haben wirklich viel zu tun. Wir können jetzt nicht mit euch plaudern. Kommt doch später mal wieder vorbei, ja? Ich überleg's mir. So. Was gibt's denn bei euch im Zelt? Nichts. Nö. Schade. Kann ich nichts abluxen. Naja. Zumindest habe ich etwas erledigen können. Von daher passt das. Und das hier ist wahrscheinlich deren Boot. Ist aber auch nichts drauf. Doch. Eine Glücksmedaille. Okay. Nette Sache. Aber zumindest sind wir mit dieser Insel auch durch. Und dann würde ich jetzt sagen, ab nach Japan. Okay, Felix, halte noch ein bisschen durch. In Japan können wir dich definitiv heilen. Ja, ein bisschen habe ich noch. Na, Wassergeist. Der ist wenigstens gleich platt. Sehr schön. Na. Ist mir leid, Felix, aber... Wir sind ja da. So ziemlich. Muss jetzt nur eine Anlegestelle finden. Da drüben, da oben ist eine Anlegestelle. Und da unten, Moment, seht ihr auch schon, da ist der nächste Felsen. Den können wir auch beide aufsuchen. Aber jetzt erstmal in die Sumo Rast machen. Und das meine ich wirklich mit Rast machen. Und deswegen einmal kurz pennen. Willkommen in unser Gasthaus. Ein Zimmer kostet 60 Münzen. Jo. Sehr schön. Felix, obwohl, ist noch nicht entgiftet, ne? Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Wir wünschen gute Reise. Ja, der ist natürlich noch vergiftet. Ich habe aber noch Gegengift. Warum sehe ich das jetzt erst? Okay. Gut, dann würde ich auch sagen, bevor wir uns hier in Izumo umsehen, werde ich einmal kurz hier eine Pause anlegen. Und dann machen wir hier gleich Japan ein bisschen unsicher. Deswegen an dieser Stelle bis gleich. Gut, dann wollen wir uns mal das Geheimnis Japans hier genauer ansehen. Mal schauen, wie Japan hier in dieser Welt aussieht. Bestimmt sehr interessant. Es hat interessante Seiten, interessante Facetten, interessante Gebäude, interessante Sachen. Also, es ist wirklich eigentlich Japan, nur halt in alt. Also, in alter Zeit wohlgemerkt. So, haben wir hier was? Nee? Lady Uzume will nicht, dass Kusinada geopfert wird. Aber nur so kann die Schlange beschwichtigt werden. Na? Wer kennt das? Eines Tages demonstrierte auch Kusinada ihre Kräfte. Ihre Stärke gleicht beinahe der von Sasu. Was für ein Jammer. Es wäre so schön gewesen zu sehen, wie stark sie geworden wäre. Willkommen, willkommen. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Hat da ihr Auge an etwas Gefallen gefunden? Gucken wir mal. Eine Kriegskeule. Ja, die hämmert gut rein, ne? Gleich bei drei Leuten. Ich würde mal sagen, ich habe ja das Geld. Felix ist schon voll bepackt. Er hat das übliche Problem. Auf jeden Fall kann ich mich hier echt gut ausrüsten. Moment, wir schaffen erstmal Platz. Das übliche Problem. Genau, dieser Bronzerhelm kann weg. So. Glaub ich bei Jenna irgendwas, das weg kann? Ich glaube, Hypnos kann weg, ne? Ja. Entfesselt-Mond-Brise brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Wobei, hier die Schlafbombe kann auf jeden Fall weg. Das behalte ich noch. Einen Hornring behalte ich auch erstmal noch. Die anderen beiden haben ja noch genug Platz. Aber hier diese zwei Flüster-Mond-Moment. Ja, komm. Die Flüstersamen können weg. Die brauche ich nicht. Und dann holen wir uns jetzt erstmal die Kriegskeulen. Jo. Cosma kriegt auch eine Kriegskeule. Find's zwar schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass Cosma einfach mal eine Kriegskeule bekommt. Was die jetzt auch einfach mal alles kurz und klein schnetzelt. Passt irgendwie nicht zu ihr, wenn ich ehrlich sein soll. Aber gut. Wenn die Entwickler sagen, ja, sie kann auch eine kaufen. Nehmen wir's, weil mehr Angriff ist nie verkehrt. So, Silberweste. Kann ich jeden geben. Aber mein Geld neigt sich da auch schon langsam dem Ende zu. Wenn ich mir das angucke. Zumindest halten wir danach mehr aus. Jo. Und dann hab ich noch den Platinreif. Okay, bei Cosma sinkt es den Angriff. Ne, das ist es nicht wert. Dann kriegt's nur Jenna. Mehr habt ihr nicht, ne? Gut. Sonst hat jeder diese Überweste bekommen. Aber Aaron bringt es auch nichts. Da kann sie nicht anlegen. Ne, gut. Dann hab ich alles. Dankeschön. So, hallo. Heulemaid. Mein Name ist Okuni. Ich bin eine großartige Tänzerin. Allerdings steht mir der Sinn zur Zeit nicht unbedingt nach Tanzen. Sondern nach? Sosu, wir versuchen die Schlange zu töten und seine geliebte Kojinada zu retten. Er ist so furchtlos. Ja, da hat er sich was vorgenommen, ne? Beim nächsten Vollmond wird ein mutiger Krieger erscheinen, um die Schlange zu besiegen. Aber das ist nur eine Legende. Niemand glaubt daran. Niemand. Ich hab schon einige Spiele gesehen, wo es möglich ist. Beziehungsweise eins ganz besonders. Die Töchter der Familie jenes Hauses verlangten, dass wir das Opfer durch das Los wählen. Naje. Das nächste Opfer durch das Los zu wählen scheint eine sehr harte Methode zu sein. Ich bin viel zu alt, um den Ideen dieser modernen Zeit folgen zu können. Sie scheinen mir viel zu extrem zu sein. Naja, durch ein Los ist schon ein bisschen fies. Aber, ja. Viel machen kann man dagegen halt auch nicht, ne? Hm, nur ein paar Gegengifte. Ich nehm sie mal mit, weil man weiß ja nie, wann wir mal wieder vergiftet werden. Das Drachenmahl scheint die Schlange im Zaun zu halten. Aber wie lange noch? Wir möchten wissen, warum der Wüchter aus der Legende wieder erwacht ist. Vor einiger Zeit ist auf dem Festland ein Vulkan ausgebrochen. Wir konnten im Westen den Schein des Feuers am Himmel sehen. Kurz darauf ist der große Drache erwacht. Das hat die ganze Insel in Panik versetzt. Ich kann meinen Dolch nicht finden. Ich hatte ihn doch eben noch. Wo hab ich ihn? Moment, hat vielleicht, hast du? Die Schlange kann das Licht der Sonne nicht ertragen. Daher zeigt sie sich nur nach einem Rotterdunkleid im Dorf. Genauso wie es die Legende berichtet. Ich bin alt und habe die Nase voll von dieser Welt. Warum kann nicht ich geopfert werden? Ja, weil du wahrscheinlich nicht gezogen wurdest. Schmeiß einfach 5000 Lose mit deinen Narben drauf, dann wirst du schon ausgewählt. Wenn dir das so wichtig ist. Ich bin so erleichtert, weil ich nicht das diesjährige Opfer bin. Aber was geschieht nächstes Jahr? Okuni, Kushinada und Lady Uzuma haben alle teilgenommen, um mit uns das nächste Opfer zu bestimmen. Ich kann nicht glauben, dass Kushinada gezogen wurde. Ist das Zufall? Schicksal? Wir werden das wohl niemals erfahren. Wäre Lady Uzuma das nächste Opfer gewesen, wenn ihr Name auf den Los gestanden hätte? Ja, Fragen war Fragen, ne? Aber hier diese Taigo-Trommel will ich haben. Ich mag diese Trommeln. Mein Nächsten! Ok, ja gut, das haben wir schon. Als Kind war Sasu so wild, wie man es sich nur vorstellen kann. Es gab viel Zwietracht zwischen ihm und seiner älteren Schwester Lady Uzuma. Erst Kushinada konnte seine Willentheit bändigen. Natürlich will niemand, dass sie geopfert wird.